hallo zusammen in dem heutigen kurz video geht es darum ich habe ein tesla auto bestellt die preise sind gesenkt worden was ist mit meiner alten bestellung ich wurde hier von tesla angeschrieben dass meine alte bestellung auf den bestmöglichen preisupdate für mich neu berechnet wird und dass ich die unterlagen dann zur verfügung gestellt bekomme habe hier aber auch die möglichkeit noch den alten preis zu bezahlen dann muss ich dementsprechend hier klicken dass ich ihn bald den preis nicht angepasst haben möchte das ist super klasse wenn ihr das auch klasse findet lasst mir einen daumen hoch da ich weiß nicht ob das andere hersteller machen aber ich weiß auch nicht ob andere hersteller preisinkommen machen davon ab ja viel spaß wenn mit euren neuen tesla falls ihr einen bestellt habt ich wünsche euch wie allzeit immer gute fahrt bleibt gesund und geht alle fern miteinander um bis die tage mal tschüssi